Ja, ihr Lieben, grüßt euch. Der nächste Trailer ist jetzt gerade angesagt. Ich wollte ja auch ein paar Weihnachtslieder euch dann vorspielen oder vortragen. Die meisten von euch kennen sicherlich das Lied Morgenkinder wird es was geben. Ich habe es ein bisschen im Text minimalst verändert. Minimalst, wirklich minimalst. Nur, wer es denn schauen möchte, VK Bitschut dies bei WEDNUS TV anschauen, sich es anhören. Den entsprechenden Link auf Leerstellen untersuchen, den ihr dann in die Browserzeile kopiert habt. Denn nur so funktioniert es. Und wer es denn jetzt gucken will, dann sehen wir uns ja gleich wieder.